so und da kriegt man anscheinend noch ein paar zusätzliche sachen sich so mitgekriegt habe gut zu wissen aber bei manchen sachen die waren zum beispiel halt leer da kann sich wirklich ganz nicht wirklich spielen ja und da sind halt noch dann so ein paar zusätzliche griffe und alles drum und dran das ist definitiv schon wieder was anderes da kann ich dann wieder fast nichts dagegen sagen also wie sie wenn es nach mir ginge oder ich würde mir da irgendwas eine an aufhören dass ich da heute hunderttausend von den dingen da haben kennt das passt bin schon wieder zufrieden ich halte schon wieder meine pappen also es gibt was zum gibt da ein bisschen was zum tun passt passt bin schon wieder sehr zufrieden bin schon wieder sehr sehr zufrieden es gibt wieder die legendären tarnungen passt muss mit der anderen waffe auch noch die oder die passt sehr gut das kommt wahrscheinlich alle season pass technisch wahrscheinlich oder später halt erst passt bin zufrieden bin definitiv zufrieden waffe könnte vielleicht noch ein bisschen mehr kontrolle haben aber lasse ich jetzt einmal so stehen und wir sollten sich da wirklich mal auf eine waffe da konzentrieren meiner meinung nach und dann würde ich halt die nehmen weil die taugt man halt einfach am meisten okay da haben wir zum beispiel noch nichts freigeschalten ist es eh relativ gut ich würde aber trotzdem da gerne das bearbeiten okay da kann ich halt dann dabei halt quasi nur das nehmen wo doppelt die tau von taktik sprints kann ausrüstung werfen munitions nachschub und wurf messer beim tod okay trage zwei primärwaffen das ist schon mal definitiv nicht schlecht verringer die wirkung von feindlichen blend kannst ausrüstung weiter werfen bei den lasten fuß abdrücke das ist schon mal nicht schlecht ich schätze sorry das ist jetzt schon wieder akkum das ist immer klassisch ich kann es halt noch nicht bearbeiten das ist halt das geschissen natürlich wenn ich das schon bearbeiten könnte dann hätte ich mir da schon hunderttausend andere sachen ausgesucht aber okay lasse ich mal so stehen lasse ich mal so stehen das dauert halt einfach noch ein bisschen will ich halt wahrscheinlich ein bisschen zu sehr so erst gehen wir vollgas mäßig unterwegs also das andere mit zwei primärwaffen scheiß auf ausrüstung werfen naja dann eben halt wieder angriff naja passt passt schon passt schon passt schon passt schon hol ich mal den als erstes wohl da war doch da war doch definitiv finde ich aber interessant dass auch manche quasi komplett andere fähigkeiten haben also ich meine komplett andere stufen was hätte ich gesagt hab so kann man das lassen das interessiert mich sowieso nicht ja dann können wir ruhig gerne weiter in version starten sehr sehr gerne ja das taugt mir wieder bin ich schon wieder bin ich schon wieder ruhig bin ich schon wieder ruhig haben wir da was für 30 minuten zwei mal doppelt waffen ip ich sag jetzt einmal derweil noch nicht ja ich lass das jetzt einfach mal so alles so stehen vielleicht gar nicht mehr so schlecht bin ich schon wieder zufrieden bin ich schon definitiv zufrieden ich muss jetzt dann halt irgendwie so abliefern oder sonst wenn ich auch schlechte runden habe schlechte runden aber ja finde ich in ordnung sagt man alles was ich dabei also brauche viele waffen viele herausforderungen passt kein thema kann man so lassen bin zufrieden bin definitiv zufrieden ich finde da einfach früher war es halt ein bisschen immer viel viel leichteres menü meiner meinung nach aber finde ich jetzt auch nicht zu extrem schade aber früher war es definitiv ein bisschen viel viel einfacher das menü das gesehen gehabt ok herausforderungen bambam 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 zum beispiel mal klären weg ja das habe ich von meinem wechsel jetzt gerade ficken alter ficken ah die kontotrone fehlt passt jetzt habe ich mit der waffe kills gemacht jetzt mache ich mit der waffe wieder was wichtig und richtig jetzt einfach mal wieder so abwechseln nein mal so einmal so ich denke es mir gerade so wo ist der wichser jetzt jetzt wieder Rast? Rast? Schon wieder der Schrotflintenhaini da drin, gell? So, Schrotflintenhaini Schon wieder unterwegs da Genau, schon langsam seitlich Schon langsam, ich hab da bissel was Rotes gsehn OIDA Genau jetzt So ein scheiss Piss, OIDA Schau mal lieber die Rechte Seite so an Nein, 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 doch lieber die linke Doch lieber die linke Feindliche Drohne aktiv Ja, schee, dass die feindliche Drohne da auch am Start ist Super Wie da Schöne Scharfschütze Sowieso zu weit weg Sowieso zu weit weg Feindliche Drohne über uns Mh Mh Das war aber klar Das war wieder der mit der Schrotflinte, gell Das wächst der mit der Schrotflinte immer Der scheiss Pisser Pisst mich auch an, OIDA Jedes Mal Jedes Mal der Mh 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 Sobald du dich einmal im Visier hast oder bist du am Arsch daheim. Du bist komplett am Arsch. Denn dann wundert mich nichts. Weil dann wundert mich wirklich nichts. Und ja, die dominieren wirklich stark. Das wäre jetzt einfach nur schlecht von mir. Aber ich glaube, der hat noch einmal... Der hat eine Latteenzahl davon. Null. Auf, die schießen noch einer. Oh. Oh, ist gut gesagt. Oh, ist definitiv gut gesagt. Wir haben es probiert. Wir haben es definitiv probiert. Gott sei Dank. So, aber ich muss drauf. So, aber ich muss definitiv drauf. Diese Panzerung ist nicht normal, oder? Diese Panzerung ist wirklich nicht normal, oder? Ja? Leck mich am Arsch! Leck mich fett in seiner Mutter, alter ! Ficken, alter ! Heer ist schon wieder so ein Verbündeten? Wenigsten so ein Verbündeten, sondern immerhin. Ja Menverlatsch. Megfeln! Halt die Bauten. Ich hab schon wieder Scharfschützen querkehrt. Schon wieder gekehrt. Super. Das Gute ist wenigstens... Das war anscheinend unsere. Das einzige Positive. Was anderes Positives, aber finselig. Jetzt glaub ich noch immer der gleiche, gell? Also da, also in der Map... Auf der Map dominierst. Mit dem Scharfschützen quer. Da dominierst. Safe. Auf der Map. Es sind so viele Leute da. Wieso macht niemand was? Sind die alle blind oder was? Gefühle, die Hälfte, ist definitiv blind. Definitiv blind. Definitiv blind. Und da, also... Also du merkst richtig, Alter. Sobald... Sobald wirklich so dieses Ungleichgewicht herrscht... ... So geht's mit dir. Sobald... 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 Na schau, na schau, mit einem Heli, das ist ein Service, bist du? Danke, danke. Schade, ich habe daweil noch keine oldschool Maps gesehen, oder? Will ich meinen, richtige oldschool Maps, ich habe noch nichts gesehen. Wo ich da gleich abgeschossen werde, lauf. Ui, 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 ich habe schon, ich habe schon das Schnupfen gesehen. Die Erfüllung gelehrt uns. Das war ja irgendwann mal sowas. Das war ja was. Ganz gefährlich da bei der Saiten. Wechsle ich lieber zur anderen Waffe. Mhm. Mhm. Weiß, ich werde es bereuen, aber ich probiere es trotzdem. Oh, ich weiß eh, bei der Saiten wird er auch abgemurkselt. Oh. Oh. Mhm. Mhm. Also der war ja ein richtiger größter Volltrottel, ey, alter. Das der mich nicht abgeschossen hat. Größter Vollidiot. Wirklich größter Vollidiot. Der hätte mich locker, locker wischen können. Ich bin mir grad so unsicher bei der Saiten. Dass da irgendeiner nicht herkommt. Ganz ganz komisches Gefühl. Das ist eh klar. Bewege mich auch mal. Verbündete Drohne im Einsatz. Blendgranate von der Nahrung. Alter. Da hat sich ein gewurdelt von einer. Du bei der Saiten, Alter. Bist du deppert. Ich bin wirklich 20 von denen. Bist du ja uhrgefickt. Nein, vielleicht checken sie es jetzt. Dass wir hier sind. Wollen wir es lieber nicht so. Hardliner aktiviert. Wir sind auf dem Vormarsch. Druck aufrecht halten. Ey, das ist aber fad hier. Muss ich sagen. In jeder einzelne, Alter. Nein, da bewege ich mich lieber. Ganz ehrlich. Da gehe ich lieber Meier. Da gehe ich lieber Meier. Und bewege mich. Wo? Okay, 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 okay. Ey, ich mache gerade nur so. Wo war der jetzt bitte? Würde mich dann aber für die Waffe dann interessieren, ob ich dann wenigstens was habe. Ich habe schon wieder gesehen gehabt, wie das schon heute zu uns gekommen ist. Ich habe schon mitgekriegt. Unser Perimeter ist kompromittiert. Rückzug! Das ist schon wieder gebrochen, Alter. Das ist schon gebrochen, Alter, wie das schon zu mir wollte. Weint beschütten! Ich sehe, dass wir schon gehen sollten. Ich habe ihn gerade links, rechts und in der Mitte. Ey, 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 ey. Was ist denn? Da ist gerade einer spazieren gegangen, so ein Hund. Aborten Oh no, es ist ein Fahrrad aus Zitten und dann 되� die Sch acquaint SIEGEN Da ist bei der Seite sicher einer gekommen Da bei der Seite wird Fix ankommen, sorry da Ficken! Halt aber direkt, der muss aber Schätzchen haben Wisst ihr, der muss das aber nur für mich abgesehen haben Was ist da los? Massenabfertigung, oder was? Tatsächlich ist es so ausgeschaut, wie jetzt sich da gar keiner gewehrt gehabt oder irgendwas in der Richtung. Das war so ein gegenseitiges, gell? Muss ja definitiv ein gegenseitiges gewesen sein. Oh ja, der Haarler. Muss da mal haben. Super. Wenigstens sind wir auch was. Immerhin. Sonst könnt ihr wieder ein bisschen... Ja, moin. Der liegt und wartet den ganzen Tag schon. Alles klar. Der scheiß Pisser liegt wahrscheinlich den ganzen Tag und wartet und wächst und wächst und wächst. Safe, safe. Anders kann ich es mir bei der Position nicht vorstellen. Was ich wenigstens ein bisschen bewegen will, ha? Wenigstens ein bisschen. Da ist schon wieder die Position. Magazinwechsel. Alles. Alles tropfen, nur nicht er. Gescheit. Gefühlt. Wollte Gott sagen, vielleicht hinter uns. Ich höre schon, wie es zu mir kommt. Ich höre schon. Prost. Prost. Ich lade nach. Unnere Drohung, kreist das Gebiet. Wir haben keine Lust. Da kommt eine Blitzgranate. Danke. Oh ja, da. Oh ja, da. Das muss aber auch einer von meinen Leuten gewesen sein. Ja, gescheit mir recht. Ich habe das auch schon öfters gehabt. Wo? Oh, ey. Alter, das ist so ein Trottel, der was dort ist. Bist du, Tepper? Oh, das wäre normalerweise Kanonenfutter. Ey, hätten wir so leicht kriegen können. So leicht. Das wäre ja kein Gegner gewesen. Das wäre ja kein Gegner mehr. So irgendein Scheiß. Ach, haben wir sie da hinein. Juh, Alter. Zu viel gekraut, kommt das oder was? Mhm. Ich liebe die anderen Waffen. Okay, wie ist der raufgekommen? Alle stürzen sich auf er. Hallo, wir haben. Hallo, wir haben. Geil. Beide die anderen Waffen wieder. Mhm. Gumm. Gumm. Gumm hast du da. Gut, dass wir ihn gesehen haben. Ficken, Alter. Bischessen. Oh, schön gemacht. Von hinten ist er hingelaufen gleich. Er hat gleich gesehen gehabt, so der Brrrr. Der will ficken. Und dann kriegt er gefickt. Dann kriegt er ein bisschen Arschbudern. Er hat das schon mitgekriegt. Schaufschützen quer. Alter, lande ich auch schon wieder irgendwo. Alter, bis ich da jetzt einmal wieder im Geschenk bin, oder legt mich, legt mich am Arsch. Legt mir wieder 20.000 Mal hin, bis ich da einmal auch komme. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Aber ohne Spaß. Wir kennen schon wieder so, wie am Anfang, oder was? Ach, mach mal, mach mal sagen, ob da nicht hinterher irgendwas ist. Nein, jetzt haben sie mich eh entdeckt. Jetzt bin ich schon wieder der Gfickte. Sobald sie mich dann entdeckt haben, bin ich schon der Gfickte. Aber mit der Waffe kann ich mir schon relativ gut vorstellen, kann schon was werden, kann schon was werden. Nur wollen wir aufsetzen. Eins nach andern, eins nach andern. Boah, kommen wir jetzt gerade unsicher. Irgendwann holen wir uns Raketen mal wieder. Jetzt müssen es wieder quasi alle in ein Gebäude sein dann. Jetzt müssen es wieder quasi alle in ein Gebäude sein. Wo, 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 wo. Hinter mir habe ich nur die Schotflinten gehört. Alter! Alter! Scheiß Panzer rum! Und scheiß Wichser von hinten. Durchgenommen, komplett. Lauf, voll, lauf. Aber ab und zu schön anzusehen. Das muss ich schon sagen. Okay, passt. Kurz wissen, dass keiner rechts geht. Genau, wegen dem Wichser. Bin ich da. Ich glaube, ich gehe doch nicht weiter. Hattest du erledigt. Dankeschön. Ich komme mir nicht weit genug auf. Scharfschütze, oder? Ja. Mhm. Aufhalten! Der Fall hat einen Marschschützervergestattet. Psst. Psst. Oh shit, oh shit. Da siehst du mir wieder was. Wieder aufpassen, Menge. Das ist... Das ist sowieso klar, was das passiert. Sobald du am Panzer siehst, in den meisten Fällen du bist am Arsch. Da ist es wurscht, was für ein Spiel. Wollen die überhaupt da? Ich schieße ihn dir den ganzen Tag, oder was? Wo geht es da ab? Da geht es ja ab, anscheinend. Mhm, die wollen gerne in den Scharfschützer ankommen. Ich glaube, das wird wohl eher weniger was. Ja, passt. Erledigt haben wir es. Wahnsinn, oder? Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Also ich weiß jetzt schon mal zumindest, ich werde nicht oft den Multiplayer anreißen. Aber war schon mal wieder ganz nett. Schau, ich muss ein bisschen so KT messen. Das sind mir flinke Hände. Haha, wichtig. Ich darf vielleicht einmal ein bisschen was anderes annehmen können. Aufsatz. Mhm. Miss, glaube ich, aber bleibt es aber nur bei dem, gell? Mhm. Operator-Ausfahrung. Yes. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich hätte immer so gesagt, ich habe es immer so auf entspannt. Einmal so, einmal so. Vielleicht einmal Multiplayer. Vielleicht einmal die Kampagne. Vielleicht dann dieses Operations-Ding. Fahre ich. Schon eine coole Sache. Ist definitiv eine coole Sache. Ich würde halt nur in dem Fall den Einhaber da wechseln. Wir sind jetzt gerade bei dem aktuell. So, ja, kann ich auch gleich machen. Mhm, 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 mhm. Ja, aber da hätte ich halt natürlich... Mhm. Müsse ich trotzdem halt einmal DS nehmen, weil ich will meine Zweitwaffe haben. Guck, sie reden mit der Pistole herum, bis die Eppert. Ich bin ein Malsch. Ich bin da ein Malsch. Jetzt will ich doch schon mit der herumgehen.